Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Telefonbetrug häuft sich seit dem Jahr 2021 und nimmt rapide zu. Telefonbetrug hat sich seit 2021 rapide gesteigert. Grund genug, hier aktiv zu werden. Wann ihr besser auflegen solltet und welche Anzeichen es für einen Betrugsversuch gibt, erfahrt ihr jetzt. Kriminelle erbeuten immer wieder hohe Geldbeträge durch Anrufe. Insbesondere ältere Menschen sind hier von diesen Machenschaften betroffen. Um den Opfern Geld aus der Tasche zu entlocken, geben sich die Täter entweder als Angehörige oder als Beamte aus. Auch Anrufe als angebliche Ärzte haben es laut Polizeiinformationen bereits gegeben. Dabei passen die Betrüger ihre Telefonmasche an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen immer wieder an. Bei Senioren aus der Ortschaft Klumbach riefen Täter beispielsweise vor kurzem an und behaupteten, ihre Tochter liegt in einem Krankenhaus. Es müssen hohe Kosten gedeckt werden, ohne die eine notwendige Behandlung nicht möglich sein. Mit einer geschickten Gesprächsführung behaupten die Kriminellen so, dass eine Notlage vorliegt und bauen dadurch Druck auf. Schlussendlich lässt man sich dadurch gerne überzeugen. Die Rentnerin willigte ein, Geld an die Täter zu übergeben. Ein Unbekannter holt das Bargeld zusammen mit weiteren Wertsachen gegen 22.45 Uhr bei der älteren Dame ab. Tja, man glaubt es kaum, dass Menschen auf so eine Masche drauf hineinfallen. Grundsätzlich gilt in Deutschland, wer krank ist, wird behandelt. Egal, ob man versichert ist oder nicht. Besteht eine wirkliche Notlage, nehmt euch der Notarzt mit und macht zumindest die allerwichtigste Versorgung. Das gilt auch für Obdachlose, die nirgendwo gemeldet sind. Natürlich wird das dann kein Hotelaufenthalt. Und natürlich bekommt man auch leider nicht die gleiche Versorgung wie alle anderen. Aber die Notfallversorgung, sodass man am Leben bleibt, die steht erstmal jedem zu. Telefonbetrug nimmt aber nicht erst seit 2021 zu, sondern seit 2020 sind hier auch rapide Zahlen schon zu erkennen. Vorfälle dieser Art haben sich laut Polizei seit dem Jahresende 2020 gehäuft. Dabei ist das Vorgehen meistens ähnlich. Die Täter kontaktieren ältere Menschen und fordern Geld für schwer an Covid-19-Erkrankte zum Beispiel. Im Laufe des Gesprächs behauptet der Täter dann, man benötige für eine Behandlung schnell ein Medikament aus dem Ausland. Dies sei dann entweder sehr teuer und man müsse schnell bezahlt werden oder aber die Kosten für den raschen Transport von den Angehörigen müssen erstmal in Vorkasse getragen werden. Auch der Enkelbetrug, bei denen sich Kriminelle als Verwandte oder ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ausgeben und dann um eine finanzielle Unterstützung bitten. Diese Maschen werden auch wieder häufiger. Aus diesem Grund hat die Polizei eine Initiative gegründet mit dem Namen Leg auf. Dabei soll insbesondere älteren Menschen und deren Angehörigen vermittelt werden, dass Telefonbetrug am Telefon stattfindet. Enkeltrickbetrug, falsche Polizeibeamte und Schockanrufe. Legt auf. Das ist das Beste, womit man sich schützen kann, wenn man sich nicht sicher ist, was da am Telefon los ist. Wenn man dann auflegt, dann ist das Gespräch beendet. In der Zeit gibt es Tipps, die ihr beachten könnt, wie ihr nach dem Auflegen dann verfahren könnt. Bei dubiosen Anrufen tatsächlich einfach auflegen und die Notrufnummer 110 wählen. Betroffene sollten bei der Polizei nach entsprechendem Einsatz fragen, ob dieser tatsächlich stattgefunden hat, ob tatsächlich Verwandte in Not sind. Ihr könnt auch bei dem Krankenhaus anrufen, das angeblich involviert sein soll. Ärzte und Ärztinnen verlangen keine Vorleistung bei der Behandlung. Wenn Menschen akut erkrankt sind, dann gibt es eine Behandlung ohne Wenn und Aber. In Deutschland habt ihr das Recht auf eine Betreuung und eine Intensivbehandlung, wenn es notwendig ist. Grundsätzlich gilt auch, wichtige Daten von Personalausweisen und Reisepässen sollten auf keinen Fall und niemals am Telefon übermittelt werden. Die Polizei und andere Behörden werden diese Daten nicht telefonisch abfragen. Die Polizei weist niemanden an, Geld oder Schmuck von zu Hause abzuholen und irgendwo anders hinzubringen oder es jemandem zu übergeben. Auf keinen Fall Geldbeträge an Fremder übergeben. Das ist ganz klar. Schon gar nicht an der Haustür und auch nirgendwo anders. Auch die Polizei holt an keiner Wohnungstür eure Wertsachen und eure Gelder ab. Niemals. Kriminelle können mit einem technischen Hilfsmittel jede gewünschte Rufnummer im Telefondisplay anzeigen lassen. Wie zum Beispiel auch die Nummer der 110. Die 110 würde euch aber zum Beispiel nie einrufen. Es kann auch vorkommen, dass euch die Polizeibehörde direkt aus eurer Umgebung anruft. Beziehungsweise die Nummer von der Polizeibehörde direkt aus eurem Wohnort im Display steht. Also die Festnetznummer der Dienststelle um die Ecke. Wenn ihr da zurückruft, kann man nachfragen, ob das stimmt. Und so kann man das ziemlich schnell überprüfen. Man kann zum Betrüger sagen, kleinen Moment, ich sehe ihre Nummer im Display, ich rufe zurück. Und die Polizei wird euch auch nicht mit unterdrückter Rufnummer anrufen. Der Austausch ist hier besonders wichtig. Unterhaltet euch mit allen in eurer Familie darüber, dass es diese Maschen gibt. Und auch besonders darüber, dass es diese Maschen gibt mit den Telefonnummern. Dass selbst die Dienst oder die Behörde von der Umgebung, dass die im Display stehen kann, es aber nicht war. Wenn ihr euch nicht sicher seid und die Nummer steht im Display, sagt dem Anrufer, ich lege jetzt auf, ich sehe ihre Rufnummer und rufe direkt zurück. Das ist nicht unfreundlich. Das ist lediglich Selbstschutz, dass euch hier nichts passiert. Oder möglichst wenig. Ich hoffe, dass euch die Informationen aus diesem Video wieder ein kleines bisschen weiterhelfen konnten und den ein oder anderen auch aufgeklärt haben und dazu beitragen, dass niemand in eurem Umfeld auf so eine Masche drauf hineinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese verschiedenen Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie nun mal die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke jetzt gerne noch auf eins der letzten Videos oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.